Du Urkelchen, die Frau Jana hat geschrieben, du sollst dich schön verwöhnen lassen und schön schnell groß werden. Meinst du mit Verwöhnen das hier? Ja? Du kleiner Schoßrutscher? Habt hier teleportiert? Du Klettermaxe, bist du auch ein Schoßklettermaxe? Spannende Sache. Da war nicht mehr schön, ne? Gut, dann kuschel ein bisschen, aber wird auch schnell groß und wird deine Ohren trichuslos, dann kannst du schnell zu den anderen, ne? Du Micky Maus, kleines Urkel-Micky-Mäuschen.